geht's mit faqai 6 und wir haben an den anderen kamer hengst neute helfe darf ich nicht raus hallo wäre gerne mal rausgekommen dass mich in ruhe und was haben wir hier noch zum lesen das ist wichtiges besonderes so ich glaube schon mal dass wir uns jetzt wieder in ruhe ich lass mal gerade die waffen weg bis vor jetzt wieder irgendeine action hier kommt die ich nicht mag kommen wir doch nicht rein auf den marktplatz ja da wäre noch ein kontrollpunkt ich weiß ich sehe schon der ist markiert das ist hier dieser diamante irgendwas aber das ist bestimmt unten da wieder irgendwo was hallo müssen wir denn dahin ja das ist unten aber wo komme ich daran wo waren das wo komme ich da jetzt rein aber ich habe das hier das gebäude ja ja ich habe schon von ok da soll ich da will ich rein da will ich hin ich dachte war jetzt der an der cover hengst der hinten der wer ist das jetzt von dem da du bist das ich bin gilberto rosario bachler performer spie master for la revolution du may have seen my better half on tv ross amel don't look so surprised it's amazing what blue makeup and a pair of coca and do the government thinks they're using ross amel to influence the hearts and minds of jaren ross amel but ross amel is the one choosing them a little dance a little wink a lot of room and these military generals sing songs that could get their tongues cut out by castillo but ross amel can't be everywhere at once so i send out my chameleons they blend in everywhere become anyone and they all report to me my best sergio has been working undercover at the stadiums he has become very cozy with one capitan osvaldo diaz a target we've been watching for some time he has given us the signal to rendezvous adios mio all my chameleons are in the field right now could you meet with sergio honno i don't know what he needs but i think he's in trouble and you don't strike me as someone who's afraid of a little trouble so dann machen wir das doch mal nicht wie gesagt wir machen alles was so irgendwie so nach und nach so die fernmeldestation cool wir sind ja relativ weit man relativ nah beieinander so was brauchen wir denn der mit sie mit mir vor allem mal aber sie kann so darüber bis mal ich brauche mal äh im idealfall mal ein fahrzeug egal ob sie jetzt irgendwie zu wasser zu landen oder in der luft aber im idealfall ist es natürlich immer nur in der luft so ein heli oder so wäre toll wir nehmen mal alles mit hier was hier rum steht wir nehmen mal alles mit was hier rum steht ich muss mal gucken wo ich jetzt den heli finde das könnte natürlich sein dass da ja ist es auch wunderbar supi jupi 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 heli kommen wir brauchen erstmal so da ist der heli und dann kann man abflug machen ich habe das war keine ding station keine darunter müssen wir trifft sich mit dem gebertus chameleon was ich hatte jetzt wollte dass wir keine flugverboten haben marina stelle voll von el este kann ich da irgendwo landen da konnte ich nicht landen hallo ja ja nicht mehr lange bin da da hinten ist der sniper oder was da hinten ist der sniper oder was steht da hinten oben im turm na denn nehmen wir erstmal den komischen sniper weg sicher die menschen rauskommt der Die brave men and women of the Yara and the Jedi. By putting on the uniform, they have made a promise to stand between you and the chaos of you now. As your president, I give our soldiers the best rating and place only the best weapons in their hands. All of the work of their mission. When they swear their vote of loyalty to me, they become warriors behind you. When you see a soldier of Yara, it is the duty of every Yara under their protection to stop them and thank them for their service. Here I live! This is Diego Castillo, Solomon Presidente. Today I wanted to speak to the youth of El Esteban. The terrorist group, Namoratma, made up of young people like you and me, who should be studying. They have been brainwashed to fight in the fight that is not theirs. They have been playing in the fight for the fight to fight in the fight. They are following in the process of the attack and the enemy to fight back. The first life of El Esteban. They are misguided... They are being led by a door to the north and north. My father lost their comfort. du kriegst einmal auf die nütze so habe ich die nicht jetzt fertig war jetzt ist die wälder ich will mal da rein und schweib ich da umgucken was ist so special about this guy keine frage hätte ich mal auto nehmen können wo sind die beiden der jala trifft der nächste was für schweinung feind oder was hat das immer in die platt der ist schön getroffen also der dritte mal am ende der treffer er läuft relativ komisch muss ich zugeben ich kümmere ich mich drum sie aber nicht da ist was das tut ja komm mach weiter ich bin das war kein kopfschuss das war ein normaler körperbar ja meine fresse lass mich doch in ruhe er ist ein bisschen beschäftigt und nein ich probiere jetzt nicht aus ob ich immer mir schaden zufügen könnte mit der für mich das gerne mit 100 prozent machen so kommt der nix angedackelt abflug ich möchte schon die frage ist wo geht es dann hinten we are making good time but careful there is a breach of the head militararver uses it all the time ideas keep your mouth fucking shot Jetzt ist er natürlich tot! Ich weiß es! Ja, ja, ich weiß es! Ist er? Ja, ja, ich weiß es! Ja, ja, ich weiß es! Also, warum du? Warum ich was? Unsere Mutual-Frienden hat sich nur jemanden in unsere kleine Familie. Also, was ist so speziell über dich? Je weniger du kennst, desto besser. Beide genug. Danke, übrigens. Ja, ja, kämpf du mal weiter! Trotzdem hat sich wenig kommen. Gut, scheint der Punkt da unten zu sein. Wie hart, wir müssen jetzt halten! Ja, genau. Schau mal, wie es ist. Pinga, nicht mir das. Du hast auch einen G-Mann. Oh, er ist niemals zufrieden. Jetzt, was? Bleibe sicher da draußen, comadre. Wir nehmen den Kapitän zu einer Sekundärisch-Hausse. Danke für die Backup, Danny. Perfekt. So, die Radio-Geschichte abgeschlossen. Der Undercover-Angst ist... Also, der... Chejo ist weg. Ein Teil ist mal noch gekommen. So, Verhandlungstricks haben wir jetzt als nächstes Quest. Aber die werde ich nicht jetzt machen. Ich muss nämlich gerade mal gucken, was wir noch so haben. Ob wir noch was Altes haben. Ob wir noch irgendwas haben? Nö, eigentlich nicht, ne? Gut. Dann können wir jetzt nämlich mit den Filmerquests weitermachen. Fünf, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben... Es sind acht Stück insgesamt. Plus die militärischen Ziele. Ich lass das mal die Medizin... Ich würd' ja mal sagen, die ganzen Ziele müssen wir jetzt mal rauslassen. Weil ich will jetzt mal nur ein bisschen Story machen. Gut. Ich würd' sagen, wir machen Feierabend für heute. Wir sehen uns in der nächsten Episode wieder. Und dann geht's weiter mit den... Verhandlungstricks. Tschüss. Demonstπο resonance. June 5. Vielen Dank.